Hallo liebe Leserfreunde, da einige von euch nach weiteren Materialtests gefragt haben, teilweise auch sehr spezielle, zeige ich euch heute ein paar Tests und die für mich passenden Parameter. Angefangen habe ich mit einer Spiegelgravur. Ich habe mir vor längerer Zeit ein paar Fliesenspiegel von dem großen schwedischen Möbelhaus für einen günstigen Preis besorgt. Mit einem Maß von 30 x 30 cm haben sie eigentlich eine recht anschauliche Größe, in einem praktischen Viererpack. Ich habe wieder mein Logo als Motiv gewählt und lasse den Leser nun auf der Rückseite der Spiegelfliese die Beschichtung abtragen. Dem Viererpack sei Dank, dies ist mein zweiter Versuch, denn ich habe es natürlich bald wieder nicht geschafft, ohne jede Menge Fehler einzubauen. Ich hatte vergessen das Motiv zu spiegeln und noch schlimmer, ich wunderte mich über den wirklich strengen Geruch. Beim Betrachten des fertigen Spiegellogos fiel mir die wirklich stabile Vinylfolie auf, die die Rückseite vor meiner Zerstörung schützen sollte. Auch beim zweiten Versuch zerstörte ich das schöne Gesamtbild, indem ich nach dem Schriftzug pausierte, die Magneten löste und dabei brav die Spiegelfliese verschob und wie man am Rand dann auch sehen kann, die exakte Ausrichtung nicht wiedergefunden. Durch den ersten Fehlversuch konnte ich sehen, dass der Abtrag unsauber und fleckig ist, so dass ich die Parameter noch etwas anpassen muss und wohl in beide Richtungen gravieren muss. Die Beschichtung ist jetzt sehr gleichmäßig abgetragen. Das Motiv hat scharfe Kanten und das Glas ist schön angeraut. Von hinten beleuchtet, vielleicht nicht unbedingt mit meiner Stehlampe, finde ich lädt das Ergebnis ein, weitere Fliesen zu erstellen. Meiner Erfahrung nach sind die Parameter für diese Spiegelfliesen dann 1800 auf 80% Leistung und einer Kreuzschraffur. Mal so richtig dickes Holz lasern. Ein Reststück einer Multiplexplatte mit einer Dicke von 15 mm. Erwähnen muss ich dazu, ich habe meinen AirAssist immer noch direkt an meine rote Schutzhülse angeschlossen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ein neues 3D-Aufsatzmodell zu drucken. Die Schnittparameter-Ergebnisse meiner anderen Tests von heute habe ich schon vor einiger Zeit mit meinem AirAssist ermittelt. Sie sind deckungsgleich, auch ohne den Modellaufsatz. Lediglich verschmutzt er jetzt schneller. Angefangen habe ich mit einem freigesetzten Kreis auf dem Brett und bin meinem Wunsch auf 80% Leistung zu bleiben treu geblieben. Mit 300 mm pro Minute habe ich den Auftrag des Lasers für den Kreis erst mit 10 Durchgängen gestartet und dann um weitere 10 Durchgänge erhöht. Mit weiteren Kreisobjekten habe ich die Geschwindigkeit stückweise herabgesetzt und die Leistung rauf. Um die Tiefe besser ermitteln zu können, habe ich mir mit der Fire Without Burning Funktion den Außenpunkt des Holzes ermittelt und die Einstellung auf 100 mm pro Minute verringert und die Leistung nun doch auf volle 100% erhöht. Auch nach 40 Durchgängen ist maximal eine kleine Brandnase am Rand zu erkennen. Nicht mal mit dem Fingernagel ist eine Tiefe zu fühlen. Spanplatte 10 mm. Die 15 mm Multiplex mochte er nicht. Also wiederhole ich den Test mit einer Spanplatte mit einer Dicke von 10 mm. Ich lasse hier mal meine gewählten Parameter weg. Auch hier nach 40 Durchgängen kein Anzeichen auf ein Loch. Mein Fazit? Ich breche den Versuch vorerst wertungslos ab. Werkstücke dieser Art zu erstellen, bei denen ich mehr als 40 Durchgänge benötige, rentieren sich für mich nicht. Sollte dies bei dieser Stärke an meiner derzeitigen Bauweise meines R-Assists liegen, dann werde ich den Test natürlich wiederholen. MDF 4 mm. Ein viel erfreulicheres Ergebnis habe ich mit MDF-Platten gemacht. Die Platten habe ich über das Internet bezogen und bin jetzt ein neuer Fan davon. Nicht nur, dass die Platten sauber und absolut plan sind, die Ergebnisse eignen sich super zum Weiterverarbeiten, sind recht stabil und die Oberfläche ist glatt. Ein Sichtholz ist es nicht unbedingt, aber es lässt sich gut veredeln. Der Brand der Schnittkante ist nicht so schwarz und die geschnittenen Motive lassen sich leicht voneinander trennen. Das Schnittbild selbst ist extrem sauber und auch das dünne Stielblatt aus der Mitte des Motivs ist noch extrem stabil. In den Kommentaren gab es die Frage, wo kann man gutes Holz kaufen? Wenn jemand einen guten Verweis dafür hat, wo man Holz oder andere Materialien herbekommt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses in die Kommentare schreibt. Vielleicht kann ich eine Materialliste hinterlegen für alle. Meine Parameter für die MDF-Platten sind 300 auf 80 Prozent Leistung mit einer Anzahl von fünf Durchläufen. Moosgummi. Ein kleiner Kreis und schon hat man einen perfekt geformten Schoner für Untersetzer oder ähnliches. Für meinen Moosgummi Test habe ich ebenso als Motiv mein Schnörkel irgendwas benutzt. Es lesert sich schnell und wie ich finde, eignet es sich ganz gut. Als Testform mit Rundung, feinen Spitzen und mit dem Stielblatt hat es einen filigranen Körper. Während des Auftrags sieht man schon gut, dass die Form etwas schwindet. Die Schnittkontur hat jetzt mit der Verdrängung beidseitig etwas Luft zum Motiv gewonnen. Benötigt man hier exakte Maße, sollte man dies wohl mit einberechnen. Der Schnitt ist fertig. Das Motiv ist sauber, der Laser hinterlässt hier im Gegensatz zu Holz keine Brandspuren und die Teile lassen sich leicht voneinander trennen. Auch wenn ich keinerlei unangenehme Gerüche festgestellt habe, würde ich keine Garantie geben, inwieweit solche Stoffe Dämpfe abgeben. Meine Parameter dafür 1200 auf 60% mit einem Durchgang. Fotokarton 300g. Diesen Test mache ich mal ein wenig schneller, auch wenn mich die hohen Werte dafür ein wenig überrascht haben. Ausgeschnitten habe ich hier Fotokarton 300g. Auch hier nutze ich dasselbe Motiv. Das Ergebnis ist wie erwartet sauber und exakt, wenn auch mein Lochblech unbedingt gereinigt werden muss. Meine Parameter dafür 1200 auf 80% Leistung mit einer 2 als Anzahl der Durchgänge. Karton dreilagig. Ein weiteres Opfer meiner Reststücke, ein Karton mit drei Lagen Wellen. Nach ein paar Versuchen ohne Erfolg habe ich mir wieder mit der Fire-Without-Burning-Funktion die Randposition gesucht. In den nächsten Versuchen kann man nun schön sehen, wie der Laser sich immer weiter in die Schichten vorarbeitet. Die Anzahl der Durchgänge erhöhe ich dabei stückweise. Auch bei diesem Test gehe ich nicht weiter auf meine Parameter ein. Erste Lage, zweite Lage, dritte Lage. Der Schnitt durch die Pappe selbst scheint für ihn ein leichtes, jedoch nicht die Tiefe zu erreichen, durch die Schichten der Wellpappe. Nachdem ich auf der Rückseite ein Durchkommen meiner letzten Parameter erahnen konnte, habe ich mir die Pappe ein wenig hoch gesetzt. Leider hat jedoch die zusätzliche Luftzufuhr von unten den Schnitt entfacht und die Pappe fing Feuer. Schaumstoff In meinem Schaumstoff-Test habe ich mir ein ganz simples Inlay erstellt. Den feinporigen Schaumstoff habe ich wieder aus dem Internet bezogen. Auch hier habe ich keine Gerüche feststellen können und gebe keine Garantie auf schädliche Dämpfe. Ich habe meine kleine Senf-Laser-Schokoladenkugeldose genommen und das Werkzeug für den Sculp-Fan da drin verteilt. Habe mir dann ein Foto erstellt mit dem Blick senkrecht in die Dose. Das Foto in Lightburn importiert und es mit Hilfe eines Rechtecks in der Originalgröße der Innenmaße meiner Dose angepasst. Das Laserwerkzeug grob nachgezeichnet, die Position dann doch ein wenig angepasst und den Auftrag an den Laser geschickt. Der Schnitt ist sauber und die getrennten Flächen lassen sich gut auslösen. Meine Parameter dafür 900 mit 80% Leistung und zwei Durchgängen. Das Inlay findet nun seinen Platz in meiner kleinen Dose, das Werkzeug hat seinen Platz und wenn es auch vielleicht ein wenig genauer hätte sein dürfen, aber es ist ja auch nur ein Test. Mein Fazit, auch wenn nicht alle Materialien so wollten, wie ich es mir vorgestellt habe, waren die Ergebnisse super. Sauber, akkurat und leicht auszulösen. Oder sagt man hier auch Entgittern. Außerdem decken sie wieder viele verschiedene Bastelideen ab. Die Luft von unten und dem R-Assist waren bestimmt nicht förderlich. Dennoch, vor dicker Wellpappe habe ich jetzt erst einmal Respekt. Die Flammen waren schon ein ziemlicher Schreck. Holz mit einer Stärke von 10 bis 15 mm wollte nicht gelasert werden. Vielleicht wäre es ja mit mehrschichtiger Pappel gegangen. Ich werde mir dafür mal ein paar Schichten aufeinander leimen und es testen. Also kein Grund zum Aufgeben. Ich werde noch ein paar Tests machen, Plexiglas, Stoff, Leder und so weiter und in meiner Videobeschreibung werde ich eine Datei anlegen und dort meine Materialparameter dokumentieren. Wer das nicht verpassen möchte, darf mich gerne abonnieren. Ich hoffe es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Bis bald, dicke Dragenküsschen.